Oha! Was machst du für Regeln, Mann? Ja, Punkt für mich! Welcher Spieler aus dem aktuellen Kader kam von der Hertha zum VfL? Jan-Anthony Brooks. Renato. Jay Brooks. Ey, Alter, was machst du? Renato? Ja, du musst Elvis sagen, da bist du dran. Wofür steht das BSC in Hertha BSC? Ja, ja, Babo. Berliner Sportclub. BSC! Oh, bitte! Mal spielen! Elvis! Ah! Ja, das war so. Wie heißt das Stadion von Hertha? Ja, ja, ja! Ja, ja! Oh! Olympique! Nein, 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 nein! Ich sag... Okay. Eins, zwei, drei! Muster. Olympiastale. Ey, was? Darf ich direkt antworten? Olympiastale. Ja, aber lass ihn doch die Frage zuerst! Nein, warum denn? Ah ja? Darf man, okay. Wessen Sohn spielte bis zur letzten Saison bei Berlin? Ja! Ja! Darai! Boah, lalalala! Ey, das ist nicht wärm, ey! Elvis! Wie heißt der hier? Von Paul Darai, oder? Ja! Falco! Ah, ja, lass... Stimmt oder stimmt's nicht? Stimmt! Ja, ist richtig! Ja, aber heißt der so? Falco, Darai! Darai, Darai ist das! Oha! Was machst du für Regeln, Mann! Falco, ich weiß, ist richtig! Wie heißt die Hertha-Hymne? A, nur nach Hause! B, Berlin meine Stadt! Oder C? Ja, Paul Wau! C! Ich hab doch noch gar nicht C gesagt! Blau, weiß, Hertha! Es ist A, nur nach Hause! Ja, Punkt für mich! Nur nach Hause? Nur nach Hause! Aber das klingt zu deprimierend, oder? Ich würde sagen, der B, oder? Nein! Ich hätte gesagt, das andere ist Hamburg, oder? Hamburg hat so ein ähnliche, oder? Hamburg hat meine Perle, und dann wollte ich... Genau! Oha! Elvis! Nur nach Hause wollen wir nicht, ne? Ich komme aus Außen, Bruder, ich weiß das! Das ist der Berliner, oder was? Wie ging das letzte Auswärtsspiel in Berlin aus? Ja! Ja! Ja, Georgi! 0-1 für uns! Tor! Wout Weghaus! Vor-1-Assist von Roussillon! Und der Vor-Assist war von Elvis, Spiel in der Tiefe, Flank von Roussillon! Erste Fosse, Wout! Erste Fosse, Wout! Erste Fosse, Wout! Ja, ich kenne nicht so viel an Worte, aber... Wout habe ich! Erste Fosse, Wout! 0-1! Ich war schneller! 0-1! Falsch! 0-1! Heißt das für Hertha, oder? 0-1 für uns war ein Außen! 0-1! Auf welchem Platz landete Hertha am Ende der letzten Saison? Auf dem 9. Auf dem 11. Ja! Auf dem 9. 0-1! Nein, 11! Auf dem 11! Ja! Renato! Was ist das? 11! Ja, richtig! Das war auch 11. Dank 9. Hoffen wir! 0-1! Ja!